Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schemaier, Patra Kooperations-Coach, die Puntz-Videologen, diesmal Video-Log rund um die Themen Dating, Menschen und Liebe. In den letzten Tagen jetzt noch Einstieg möglich in die Selbstliebe-Challenge und in die Manifestations-Challenge. Und ja, heute ich mal wieder, vermute mal Dating-Frage, schauen wir mal, was hier so kommt. Kannst du beim Formular auf Liebeschip.de anstoßen und ja, Thema stand dann wohl, wird wohl im Titel des Videos stehen. Ich gehe mal direkt rein. Ich habe vor einigen Jahren Franziska Latschkula über eine App kennengelernt und war richtig verliebt in sie schon, bevor wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Also so menschlich das ist, sage ich mal gleich, immer eine Gefahr, dass man, was wir ja immer nicht haben wollen, in diesen Fantasie-Modus geht. Und weil du kennst sie ja nicht, also ich meine, klar, du hast jetzt vielleicht ein tolles Foto, vielleicht ist sie hot, aber es ist eigentlich immer, wenn man sich noch nicht getroffen hat, ist es eigentlich immer Fantasie-Modus. Und da würde ich gleich schon, wie soll ich mal sagen, wenn ihr das merkt, so einen Riegel vorschieben und sagen, hey, nee, ist egal, was ich jetzt denke, ich will es erst mal treffen und da auch so ein bisschen gegen anarbeiten, sage ich mal. Das wollen wir eigentlich nicht so gern. Ich glaube, ihr ging es damals ähnlich. Ja, da ist ja wahrscheinlich jetzt irgendwas schiefläuft, sage ich mal wieder meinen Spruch, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Das ist häufig dann so eine, diese Wundenanziehung, wie man das nennt. Unser erstes Treffen war bei mir zu Hause, wo wir dann Joints geraucht und Game of Thrones auf dem Sofa gekuschelt haben. Ja, ob man jetzt Drogen will, muss ich ja selber wissen. Es wird ja scheinbar sogar legalisiert, demnächst finde ich persönlich unglaublich, aber naja, es wird ja immer verrückter, die Welt. Aber das füttert natürlich nochmal die Liebessucht. Ich meine, jetzt kann man sagen, andere trinken einen Cocktail auf dem ersten Date. Deswegen steht mir jetzt nicht zu, wollte es nur einmal gesagt haben, da ist doch mal da groß zu sagen, so ist es halt. Bei unserem zweiten Treffen war ich ihre Begleitung auf der Hochzeit ihres Onkels. Ich hatte damals echt das Gefühl, wir hatten eine gute Zeit und sie ist die richtige. Ja, wie gesagt, sowohl Pluspole als auch Minuspole, verweise mal wieder auf Modul 1, machen gerne Fast-Forwarding. Also dieses schnelle Voranschreiten und mein Gott, ich habe solche Sachen auch schon gemacht. Und wenn man so richtig verknallt ist, also das kann man euch ja scheinbar nicht vorwerfen, wenn ihr nicht verknallt seid, dann nimmt man auch mal ein Date mit auf eine Hochzeit, oder wenn man einfach denkt, ja, natürlich sind wir jetzt zusammen und auch das, was soll man dazu schreiben, sagen. Also es ist, wenn man so begeistert ist, warum nicht, ne? Also tut ja nicht weh, jemanden mitzunehmen auf der Hochzeit. Nach einigen Wochen fingen sie wiederholt an, von ihrem Ex zu sprechen. Aha, here we go. Ich hatte zuerst so die rosa-rote Brille auf, dass ich mir nichts dabei dachte. Aber dann wollte sie sich nicht mehr treffen. Oh, das geht aber richtig schnell, haben wir noch nicht mal die 100 Tage voll hier. Schließlich sagte sie mir, sie liebe jemand anderen. Also ich gehe zu 99,89.000 Prozent davon aus, dass wir vom Ex reden, weil wenn es irgendwelche Probleme gibt, ist das selten ein anderes neues Date, sondern, also wenn man jetzt schon so weit ist wie hier, sondern das ist eigentlich immer der Ex, mit dem man dann mehr Verbindung hat. Und naja. Die Wege trennten sich darauf hin für mehrere Lager und ich versank extrem in Selbstmitleid. Ja, mach die fucking Dating-Kurse einmal. Also wenn eine Frau dich nicht will, ihr müsst alle an den Punkt kommen, irgendwann, das macht ja dauernd, an den Punkt, wo man sagt, ja, ist mir scheißegal, next. Niemand mich nicht haben will, interessiert mich nicht, gebe ich keinen Millimeter Energie mehr rein. Selbstmitleid kommt häufig, ach man hatte ich früher auch, aber kommt häufig aus dem Mangeldenken, dass es nicht genug Rotte-Frauen gibt, ist aber nicht der Fall, es gibt genug, auch für dich. Deswegen, ja, abhaken, also das kann man wirklich üben, trainieren, abhaken, Modul null machen, Liebeskummer, da sind auch viele gute Tools drin, einfach sie auch trainieren, nicht mal daran zu denken und zu sagen, hey, sorry, du bist raus, ne? Ja. Ich lernte andere Frauen kennen, schließlich hatte ich eine Affäre mit einer, wie ich damals noch nicht wusste, verheirateten Frau, die Andro Leczka hieß. Als ich hier meine Liebe gestehen wollte, sagte ich aber versehentlich, Franzisko Leczka anstatt Andro Leczka, also er wechselte die Namen, die jetzt auch hier sehr ähnlich sind, aber ich will jetzt nicht die gleichen Namen nutzen, tatsächlich sehr ähnlich, bis auf einen Buchstaben, es kann passieren, ne? Aber jetzt denken wir jetzt, vielleicht denken wir jetzt, deine neue Partnerin hätte sich beschwert, aber nein, du nahmst daraufhin sofort wieder Kontakt zu der Alten auf und dieser hielt dann auch an, allerdings hatte sie auch jemand anderes gefunden. Wir sind trotzdem in Kontakt geblieben, all uns als Freunde. Also ich vermute mal, dass du damals mein Material noch nicht kanntest. Aus heutiger Sicht sage ich jetzt einmal mal, big fucking Fehler, mach das nie wieder. Freunde, die ich nie wieder mit einer Frau an, von der du mehr willst, ne? Es sei denn, du bist selber, findest sie einfach nur attraktiv, du bist selber in einer Beziehung, aber ansonsten, don't mess with your leadership, keine Freundschaften zu Frauen, wo du was anderes willst. Also es führt nur zu erneuten Liebeskummer und, ne, also das, nein, der richtige Umgang wäre, ja, okay, ich finde dich immer noch hot, du bist in einer Beziehung, ja, sag doch einfach Bescheid, wenn du wieder Single bist. Und das war's. Umdrehen, weiter daten, ne? Ich habe mir wieder versucht, sie anzubaggern und aus der Friendzone rauszukommen. Ja, so kommt man aber nicht raus. Das ist genau der Fall, du demonstrierst hier, ähm, will ich jetzt nicht anträgern, aber du demonstrierst aus Dating-Psychologie-Sicht niedrigen Wert, weil du akzeptierst eine Freundschaft, obwohl du was anderes willst. Und das ist nicht polar, ne? Ein polarer Mann, der sagt, ach Gott, ich habe so viele Möglichkeiten, ey, wenn du meinst, willst du mich in die Friendzone stecken, no fucking way. Und das kann, äh, das kann so eine Wirkung haben, wenn man sich da nicht reinstecken lässt. Äh, und wenn die Frau einen trotzdem unbedingt reinstecken will, obwohl man polar weggeht, ja, dann geht man eben, dann geht man eben wirklich weg, fertig, ja, ja. Schließlich habe ich dir einen Blumenstrauß geschenkt, ey, ist nicht wahr, was du da, ich gucke nicht so viele Filme, ey. Brauchst dir aber den Kontakt abbrachen. Ja, Leute, ich sage, macht nicht so eine Scheiße, das, auch hier, das führt genau zum Gegenteil im Ergebnis. Du schenkst einer Frau Blumen, mit der was läuft, irgendwie, ne? Äh, wo du sagst, ja, ich, 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 äh, feiere jetzt, was wir an, an Relationship-Goals hier erreicht haben, und deswegen schenke ich dir jetzt einen Blumenstrauß. Aber nicht jemand, der nicht in der Friendzone steckt. Worum sollst du dir denn einen Blumenstrauß schenken, ne? Nach einigen Wochen habe ich dir dann per Post zwei Karten gesendet. Uff, zu viel, zu viel, lass es, lass es, lass es, lass es, lass es, lass es. Und mich entschuldigt und ihr geschrieben, dass sie mir fehlt. Ja, das, das, das weiß ich schon, seit, seitdem du wieder Kontakt aufgenommen hast. Das, das muss ich ja nicht sagen. Das weiß sie. Das ist wahrscheinlich hot. Und die wird, äh, zehn Leute in der Friendzone haben. Und von allen wird sie wissen, dass sie was anderes wollen, ne? Nach ein paar Tagen hat sie sich wieder bei mir gemeldet und seitdem sind wir wieder in Kontakt. Äh, ich bin jetzt echt froh, dass sie jetzt so ist und möchte nicht, dass, dass ich das wiederhole, dass wir getrennte Wege gehen. Meiner Ansicht nach der komplett falsche Ansatz, der nur zu weiteren Schmerzen führt, kann ich überhaupt nicht empfehlen, oder ne? Ah, jetzt kommt wieder der nächste Punch in the Face. Äh, sie hat mir zuletzt gesagt, dass sie nur eine Freundschaft möchte. Du machst deinen Fall nicht besser dadurch, dass du eher im Rockzipfel hängst und sagst, bitte, bitte, bitte lass mich wenigstens, ich will dich nur ein bisschen aufrütteln, ne? Ich mache mich jetzt nicht, ich will mich auf gar keinen Fall irgendwie, nicht anträgern, aber du hängst dir so am Rockzipfel, bitte, 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 gib mir wenigstens Freundschaft. Aber eigentlich will ich was anderes. Das ist total uncool. Ich sag's jetzt mal so in the face, wie's ist. Ich, ich, ich bin da auch, ich bin durch all das durch und ich, äh, seitdem hat mich nie wieder jemand in den Friendzone gesteckt, seitdem ich das einmal gerafft hab, äh, und, äh, macht das nicht. Das machen Männer mit hohem, hohem Marktwert nicht. Das ist, ne? Ich hab aber Gefühle für sie, ist uninteressant. Es gibt vier Milliarden Frauen, ey, echt. Äh, auf deinen Videos und deiner Lesung, die ich in Karlsruhe besucht hab, ähm, die übrigens wieder stattfindet. Gibt's auch noch Tickets, ne? Ist schon bald, eine meiner ersten Lesungen in meinem neuen Buch. Äh, weiß ich, dass du vertrittst, dass man es drauf anlegen sollte, konsequent auch gar keinen Kontakt zu haben, außer Friendzone wieder rauszukommen. Absolut richtig. Ich genieße aber jeden Augenblick, den ich mit ihr verbringen kann und möchte nicht, dass der Kontakt wieder komplett abbricht. Das ist für mich nicht der Weg. Meine Frage, wie kann ich mich als potenzieller Partner, ähm, für sie interessant machen? Ja, es ist, als wenn du einen Maler fragst, äh, kannst du meine Wand weiß streichen, aber ich möchte keine weiße Farbe verwenden. Sorry, das funktioniert nicht. Also kannst du dir gern zu diesen Ex-Zurück-Coaches geben, die werden dir dann irgendwelche, weiß gar nicht genau, was die machen, irgendwelche tollen, schreibt doch mal die SMS und schreibt doch mal jene SMS. Es ist absolut, ich sag ganz ehrlich, bei allem Respekt für alle Kollegen, äh, sag ich ganz ehrlich, das ist nicht, meiner Ansicht nach, nicht der Weg. Der beste Weg ist zu sagen, ja, ähm, sorry, dann siehst du gar nichts mehr von mir, wenn du nur Freund sein willst, ne? Dann musst du leider, die, muss ich dich leider meiner wertvollen Anwesenheit, äh, entziehen. Weil, wie gesagt, Frauen finden Männer, die akzeptieren, in der Friendzone zu bleiben, unattraktiv? Also erstmal sind sie ja per se schon unattraktiv in diesem Moment, also nicht, dass du, also offensichtlich warst du auch mal irgendwann attraktiv, äh, sind sie per se schon, äh, unattraktiv, dass sie dich überhaupt reinstecken und du bleibst noch unattraktiver, wenn du dich reinstecken lässt, so, ne? Also wie ich das das erste Mal verstanden habe und, äh, äh, da weiß ich, vielleicht habe ich es auch auf Erlesung erzählt, äh, sehr nette Frau, die ich mal gedatet habe, die mich auch in den Friendzone stecken wollte und wie ich das dann gerafft habe von meinem Dating-Coach, ähm, in den USA damals, wie ich dann, ähm, gesagt habe, no fucking way, dass du mich in den Friendzone steckst, äh, ich bin raus, ne? Und drei Tage später hat sie sich wieder gemeldet und hat, äh, hat geschrieben, hallo und wie geht's dir? Und dann meinte ich geschrieben, was, was willst du? Kein Bock auf Friendzone, ne? Ja, hm, will dich mal wiedersehen, habe ich geschrieben, ist es ein Date? Ja, ja, lass uns wieder daten und haben wir weiter gedatet, ne? Also obviously gab es dann irgendwann andere Probleme, aber egal und das war für mich so, ja, ich hab's geschafft, oh, ich weiß jetzt, wie man aus der Friendzone rauskommt. Das heißt natürlich nicht, ähm, dass das immer klappt. Ich kann mich auch noch in eine andere Situation erinnern, das war auch so in der gleichen Zeit, glaube ich, und die Frau sich total aufgeregt, also, sehr attraktive Frau, wollte mich auch in den Friendzone stecken, hab ich gesagt, äh, am Arsch, spinnst du? äh, und hat sich total aufgeregt, also, kannte die gar nicht, also, viele hübsche Frauen kennen das gar nicht, wenn er das nicht akzeptiert hat, hat gesagt, niemals wirst du mich in den Friendzone stecken, das war's, ne? Und, äh, ja, das ist dann nicht gut ausgegangen, sag ich mal, also, sind da nicht auf magische Weise, wie er zusammengekommen war, es war für mich total okay, ja, dann ist das, dann ist das eben nicht für mich, und, aber, konnte sie dann gar nicht mit umgehen, fand ich auch interessant, ähm, also, und, ja, also, ich bin damit immer gut gefahren, also, ich, ähm, ich denke, also, was, was willst du denn da machen, weil jeder, muss immer überlegen, was, welchen Wert hat, also, nee, welche, welchen Subtext hat irgendein Verhalten, und alles, was du jetzt machst, also, sie weiß, dass du sie hot findest, sie weiß, was du mehr willst, äh, was, was willst du denn da machen, willst du da, äh, ihr jeden Tag, äh, ein Kärtchen schreiben, dass du sie toll findest, das weiß ich doch, so, und, äh, noch mal, welche Frauen, welche Männer finden die meisten Frauen interessant, also, nicht die, die ständig Blumenstrau schenken, also, nicht, dass das nicht auch in einer bestehenden Beziehung eine tolle Sache ist, aber, das ist nicht der erste Schritt, so, ne, also, die, also, Interesse entsteht häufig aus, aus, äh, Coolheit, Calm, cool, collected, Mann geht seinen Weg, Mann ist besessen von, seiner Mission und nicht davon, irgendwelchen Frauen hinterher zu rennen, macht sein Ding, äh, muss eigentlich zum Dating, äh, getragen werden, weil er so von seiner Mission besessen ist, das ist interessant, so, ne, und, und das macht Frauen, für einen Frauen hot, und, ähm, also, in diesem Sinne, ähm, kann ich dir nur sehr den Datingkurs ans Herz legen, und wenn du, unbedingt, mit der befreundet sein willst, dann ist es deine Entscheidung, du machst sowieso, was du willst, aber, so wirst du auch den Liebeskummer nicht los, wenn du die Person ständig siehst, und sie wird dir, sie wird dir, das musst du dir mal mehr klar machen, deswegen habe ich das nie gemacht, sie wird dir erzählen, von den neuen Typen, die sie datet, weil sie sagt, so, was, natürlich, beim Freund erzähle ich doch, wen ich jetzt hier gerade so richtig durchwürgele, so, ne, das, und das musst du den ganzen Scheiß, musst du dir dann anhören, na, viel Spaß dabei, ähm, also insofern, äh, überdenk das mal, nochmal, äh, und nichts kann dich interessanter machen, als wegzugehen, also ich kann dir nur sagen, was ich denke, ihr könnt mich gerne immer das gleiche fragen, das ist meine Antwort, in diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, und, ciao ihr Lieben, bis zum nächsten Mal wieder, und danke, waren sehr, ich glaube, also für viele sehr wichtige Mail, vielen Dank dafür, und danke, Vielen Dank.